Hallo Leute, es geht weiter. Ich habe mich kurz beruhigt von diesem miserablen Video davor, wo ich ganz halt abgekackt bin wegen diesen komischen, komischen Huren-Söhnen. Und du... Ich schwör auf alles, ich hasse... Du... Oh man... Egal, ich beruhige mich, ich beruhige mich. Ich weiß, ich bin gut, nur diese scheiß Huren-Söhne sind schlecht. Und dieses Spiel rate ich nicht jedem. Das ist zu kompliziert. Nicht kompliziert meine ich, ähm... Schwierig. Da werdet ihr nur ausrasten, da werdet ihr sofort das Spiel kaputt schlagen oder den PC voller Wut. Aber egal, das ist eure Sache, wenn ihr das Spiel wollt. Nicht meine Sache. Okay, drei Münzen haben wir. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Entschuldigung, jetzt können wir weitermachen. Hol uns mal... Nicht das da. Das da. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Die vierte Münze haben wir jetzt auch. Entschuldigung. Okay, 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 okay. Die vierte Münze haben wir. Und heute bin ich richtig schlecht bei diesen Spielen. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht legt ihr es hier an, diesen Computer... Ah, diese Computergestaltung... Ach, Mann. Missteile. Oh, das war knapp. Ja, Leben dazu. Was ist das denn? Ach so. Okay. Ich hoffe, ihr... Ich hoffe, ihr ist irgendwo ein Pilz. Okay. Ey, und... Das Spiel verarscht mich, aber richtig. Das Spiel verarscht mich richtig. Okay. Wartet. Schnell noch ein Safe State gemacht. Zur Sicherheit, dass ich nicht abkacke. Boah, das war knapp. Das war zu knapp. Ja, mehr. Ich hab jetzt Geld. Ich bin jetzt so froh darüber. Ich will nur größer werden, Mann. Was ist los? Fickt euch hier schwer. Ist... Was? Was hat sie gerade gesagt? Ach so. Ach so. Wartet. Tut mir leid. Meine kleine Schwester. Ihr kennt ihr also bestimmt. Ihr kleinen Geschwister. Ey, wie wärst du das nicht? Oh, Mann. Ich heule gleich. Ja, ne, 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 irgendwas. Wer wäre... Dreckige Missgeburt. Hä? Wartet. Bin wieder da. Meine Brüder. Wartet. Es geht weiter. Okay. Oh, Mann. Du, Mann. Oder... Was du... Egal, was du darstellen sollst. Ich mach die jetzt fertig. Ja, der, ne, 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 ne. Dreckige Bastard. Wie du triffst mich. Wartet. Bin wieder da. Ja, ich hab Save-State gemacht. Ich bin schlau. Du, Mann. Ich... Oh, Mann. Mario. Vielleicht hilft der, ja. Der hilft dir ja bestimmt. Ja, 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 du dreckige Ruhre. Save-State, 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 save-State. Wieder da. Ich lass mir das doch nicht gefallen von so einer dreckigen... so leute ich mache dazu eine ankündigung wie bei pokémon dieses spiel ist brutal schwer und wenn er eine andere meinung ist der hat das noch nicht gespielt oder der ist wirklich gut oder er ist der auserwählte von diesem spiel das spiel ist einfach unter aller kanone einfach brutal bin wieder da und der scheiß noch mal ich hasse dieses monster wenn es noch schwieriger wird ok dass diese so leute ich hasse dieses teil ich habe noch nie noch nie jemanden so doll gehasst wie das hier ok jetzt gehen wir mal an die andere seite und machen immer so ich glaube ich habe es geschafft was mache ich da ok ok ich habe irgendwie geschafft zu gewinnen ok ok oder wo ja ich bin geschafft zu gewinnen keine ahnung wie aber egal ok ein leben habe ich dazu bekommen habe ich noch mal ein leben dazu oder wie verstehe ich auch nein und 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 nein wir haben noch drei minuten ok ah scheiße die werden jetzt sinnvoll jetzt ausnutzen ok die haben wir jetzt auch ok das so ein bisschen ok dit 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 duстран Oh, es geht weiter. Leben dazu. Okay. Dit 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 dit. Ah, das ist eine Münze. Ich habe genau gesehen. Okay, nur eine Minute. Und du, Missteil, verschwinde. Okay, dann muss ich das... Muss ich diesen Vogel zupfen oder irgendwas anderes mit dem machen. Ihr, ich will mich in die Tod ziehen. Niemals. Okay, wie soll ich jetzt diese verfickte Münze holen? Ey, die wollen doch nicht, dass ich so... Oder? Okay, wenn er so ist... Okay, da bringe ich mich lieber um. Da bringe ich mich lieber um, um die Münze zu bekommen. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.